Guten Tag. Guten Morgen. So, wir sind auf dem Weg ins Önztal nach Österreich in die Area 47. Mal schauen. Wetter ist geil. Wir sind mal gespannt, was uns erwartet. Schwenk mal kurz durch. Wetter kommt. Mucke ist am Start. Mucke ist am Start. Bestimmt geil. Kackstift kommt schon ein bisschen aus der Hose. Die Angst kommt dann erst kurz davor. Genau. Die große Angst. Krass, wir haben denn Angst? Äh, Quatsch. Wegflippt. Wegflippt ist schlimmer. So, hoffentlich sehen wir uns bald. So, wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt mit dem Bus weiter von der Area 47 Richtung Lengenfeld. Lengenfeld, genau. Wir machen heute Klettersteig. Sagt mal hallo. Nervös ohne Ende. Das ist unsere Begleitung heute. So, der Fips. Servus. Das ist unser Guide. Der bringt uns sicher hoch und runter. So, Flettersteig Lengenfeld. Wir sind jetzt gerade losgegangen. Da unten geht es los. Also wir sind jetzt gerade auf den ersten Meter. Geht noch ein gutes Stück nach oben. Ich weiß nicht, ob ich da oben, wenn wir dann in luftiger Höhe rumtanzen, auf irgendwelchen Drahtseilen, ob ich dann aufnehmen kann. Schauen wir mal. Jetzt aber erst mal. Laufst mal dahin, wo die Action losgeht. Hääちゃ тонn. Wir müssen jetzt Oi. Hund hier. Ein Bubile Chapter 10-12. Hi wel. So, die Wiener-Round, wir sind schon over. Yes sir, yes sir. Wir sind aber nicht so vor. Juhu. Geil. Und da kommen die andere. Ja, also strüben wir da noch. So, wir sind jetzt auf dem Weg heute zu unseren nächsten Aktivitäten. Ich gebe euch mal einen kleinen Vorgeschmack. Ratet mal, was es wird. Mach ich auch noch mal Fotos. Ich gucke mal wieder runter. Ach du Scheiße, Alter. Ich weiß gar nicht, wo er da hinspringen sollte. Vorne sieht man mehr. Okay, der Kackstift ist jetzt wirklich real. Hier geht es dann runter. Ich habe überhaupt keinen Bock. Ich habe echt keinen Bock. Ich habe keine Lust. Ja, da geht die Klammer. Alter Schwede. 196. Das geht ja noch. Ja, 196 vielleicht. Okay, alles klar. Das ist drüber. Ja, das ist wirklich das kleine Podest. Ja, der ist total verrückt. Das geht nicht gut. Ja. Ja. Warten lassen wir eher? Oder bin ich von uns? Nein. Ja. Bereit? Breit. Alter. Was für ein Poser, hä? Ja. War ich jetzt ein Bild, oder? Nein, nein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Da. Ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Kollege. Alles gut. Ich habe mich kaum wieder aus, dass ich gerade runterkriege. Ja. 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 Das sieht nur so sehr nah aus. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Der schreit immer noch, der schreit immer noch. Hier müsste er gleich wieder hochkommen. Jawoll! Der schreit immer wieder hochkommen. Der schreit immer wieder hochkommen, der schreit immer wieder hochkommen. Ja. Das hat er geschlagen und so. Da ist er. Da ist er. Ich wäre so weit. Okay. Nein, ich denke, fuck you moment. Fuck you. Ab geht's. Jawoll! Geiler Typ. 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 Ja, das war's. Ja, jetzt muss er der Harald fassen, manchmal gar nicht so einfach, jetzt sind wir wohl der nette Harald, ja, kommt auch noch nicht dran. Tschau! Und nein, noch nicht. Hast du auch so lange gebraucht, bis du da Harald mal greifen konnt? Tschau! Hast du auch so lange gebraucht, bis du da Harald mal greifen konnt? Ja, ich hab auch ewig dran vorbeigebaumelt. Ja, ja, orientieren und dann, was gut ist, wir haben jetzt Zeit. Ja, jetzt hat er ihn. Es ist Freitag. Und, wie war's? Oh, geil! Es war doch zu schnell vorbei. Ja, gell, es ist ruckzuck. Es geht so schnell. Ruckzuck. Die Frau Breiser kommt. Puh! Wieso sollen's gehen? Das war's für heute. Ok, eigentlich... ...und der Ding ist mit der Schmennung. Nimm dir einen Warrior, du bist in deiner Stadt. Wo muss man da hinten spielen machen? Ich hätte das gesehen, oder was? Oder wo kann man das hinten spielen machen? Aber hier ist halt immer. Uah! Okay, go, go, go! Okay, go, go! Uah! I guess he's not the last one. Uah! 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 Uah!